Textbausteine lassen sich im Menü farblich hervorheben. Damit können Sie zum Beispiel nach einem Ampelvermeidungssystem erfreuliche und unerfreuliche Nachrichten zur Vermeidung von Verwechslungen entsprechend hervorheben. Markieren Sie im Phrase Express Hauptprogramm den Textbaustein, den Sie farblich hervorheben möchten. Wählen Sie dann im Hauptmenü Textbaustein den Befehl Farbe. Es öffnet sich der Farbwähler von macOS und Sie können hier die gewünschte Einstellung vornehmen. Sie können auch Favoriten erstellen, indem Sie die vorgewählte Farbe einfach in ein freies Feld ziehen oder bestehende überschreiben. Die Farbe wurde schon automatisch übernommen für den Textbaustein. Sie können auch mehrere Farben vorwählen, indem Sie mehrere Textbausteine markieren. Und die gewünschte Farbe vorwählen. Um die Farbe für ein oder mehrere Elemente zu entfernen, markieren Sie diese. Und wählen Sie den Befehl Textbaustein Farbe zurücksetzen. Alle Textbausteine haben jetzt wieder die neutrale Farbgebung. Alle Textbaustein Farbe. Vielen Dank.